Der Tasse! Geht doch. Schieb und schieb. Ah, jetzt brennen die Dinger hier. Und die kaputt, logischerweise. Da ist Geld und Pfeile, die uns gerade nichts bringen. Dann balancieren wir doch mal darüber. Ui, und zack! Wo sind wir angekommen? Ich sehe sie schon kommen. Kriegst du auch? Kriegst du auch? Und du auch? Und du, da hinten! Und du! Komm! Fuck! Sag mal, wie die Pfeile bei hier fliegen! Ja krass! Wow! So! Nach oben! Nach oben! Heilung! Heilung! Deckung! Geht nicht! Geht nicht! Dann gehen wir eben hier in Deckung. Wechseln wir! Wechseln wir! Kriegst du einmal ein Pfeil, genauso wie ich sie! Wie jetzt hat aber! Zack! Na, nicht getroffen! Aber jetzt was! Und du da hinten! Der wär auch hierüber! Aua! Hier! Die sterben! Jetzt helfen wir unserer Freundin noch! Die wir flankieren! Aua! Aua! Zack! Zack! Dann kann nie zu viele Heiltränke haben! Ja! Dann jagen wir das Ding in die Luft! Da ist ein Waffenständer! Mit einer Keule, die mehr Schaden macht! Eben! Was ist das denn? Das ist eine Keule, die besser ist als die du vorher hattest! Ui! Eine Holztreppe, die durch die Explosion nicht beschädigt wurde! Okay! Okay! Das heißt, ich nehme jetzt einmal den hier! Und werfe den dort hinter! Und hoffe, dass der... Jawohl! Genau so habe ich mir das vorgestellt! Vollkommen verrückt, Elf! Hörst du das? Klingt nach Ballisterfeuer! Ballisten? Das wird ja immer besser! Jetzt geh doch mal zur Seite! Okay, nehmen wir wieder unsere Waffe! Da gibt's nichts weiteres! Nenu! Die hat sich dann auch einmal teleportiert! Das Spiel so ist sehr düster gehalten! Dann geht's hier weiter! Und wir wechseln einmal! Als erstes graden wir noch ab! Wir haben ja jetzt genügend! Acht Stück! Das heißt, wir geben einmal hier eine Feuerexplosion! Und dazu... ...geben wir ihr noch einmal den... ...den Schmelz... ...das Schmelzsiegel... ...auf zwei! ...und... ...und... ...auf magische Waffe... ...den hier hätte ich gern auch noch... ...den hätte ich auch... ...auf die drei! Gut, dann wechseln wir noch zu Cardog und geben denen auch noch was! Und zwar... ...Breschen... ...auf die drei! ...und... ...zornes Wind! ...auf die vier! Ach, die kann man jetzt also auch nur verbessern? Gut... ...Guuuut! Hmm... Kann ich denn auch die hier verbessern? Ja, das klingt doch ganz gut! Genauso wie das und das! Dann verbessern wir bei ihr... ...das hier weniger Mana... ...den Adios und den verbesserten Schaden... ...nann nun... Ups... ...genauso wie hier... ...das Schild... ...dass das Schild besser kaputt geht... ...und genauso wie das! Dann haben wir die alle aufgegradet... ...Passt und Escape! Und da vorne würde ich gerne... ...wechseln! Und zwar nimmst du... ...das hier... ...und das hier... ...und dann heilst du dich nochmal... ...sammelst du das hier... ...und dann wechseln wir! Hey! Bereit Mädchen! ...wechseln wir den Spieler... ...so... ...wechseln... ...sehr schön! Gut! Weiter geht's! Und durch! ... ...dann... ...bessere Schild... ...können wir das nehmen... ...auf jeden Fall! ...wir haben noch... ...zweiundzwanzig... ...Giftschuss! ...und... ...ach... ...wir nehmen denn einfach... ...sversbares Shortblick... ...werden sicher schon... ...noch mal einen finden... ...können... ...können... ...können wir da durch? ...nej, da können wir nicht durch! Auf sie! Auf mich! Wo seid ihr denn? Komm! Latz euch abschießen! Dann gehen wir... ...hier hoch! Und ich hab grad einen Pfeil! Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui... Wollen wir für Ausgleich sorgen? Wow. Ging knapp an meinem Ohr vorbei. So. Kummer dich doch auf diese Baustür zu. Zack. Hier, du steckst einen Teil nach dem anderen rein. Wo ist der denn? Ah, da hinten. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Da hinten ist noch einer. Da ist auch sein Fett weg. Bruder. So. Wer ist das? Nee, da läuft noch einer. Jawohl. Schwertkämpfer. Darf ich die benutzen? Darf ich, darf ich, darf ich? Oh, ja. Ui, den hat er was zerfetzt. Ui, den hat er auch zerfetzt. Mach dich fertig. Zack, 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 zack. Nein. Da kriegt die auch noch was. Genauso hier. Vielleicht auch noch was. Und. Du da. Ah, das ist das nächste Bug. Du da vorne. Geh weg. Ich darf dich bloß nicht so nah an mich. Ich darf dich nicht so nah an mich ranlassen. Vielleicht auch noch was. Direkt ins Maul. Und. Und gleich nochmal so. War's das? Ich glaube, das war. Ihr habt uns gerettet. Du. Du bist ein Elf. Ich wusste nicht, dass es noch welche von deiner Art gibt. Geht's auch nicht. Nun, wer immer ja auch sein mögt. Ihr seid Helden. So viel weiß ich. Helden? Wohl kaum. Ich hätt gern das ganze Zeug. Wir suchen den Oberbürgermeister. Ist er in der Nähe? Der? Der würde nie einen Fuß in diesen Teil der Stadt setzen. Er hat sich ins Rathaus zurückgezogen. Hockt dort in seinem Keller, würde ich wetten. Und wie kommen wir zum Rathaus? Die Straße hoch, durch den alten Hof. Aber seid vorsichtig. Ich habe gehört, der Hof hätte einige schwere Gefechte gesehen. Keine Sorge, das haben wir auch. So wie die ganze Stadt, würde ich sagen. Ich hätt gern noch alles eingesammelt, was es da hinten ist. Ja, okay, kann ich noch machen. Da liegt nämlich noch einiges, was ich hier gerne nicht liegen lassen möchte. Was liegt da sonst noch irgendwas? Da sind auch Pfeile. Gut, aber sonst haben wir alles. Sehr schön. Da ist noch eine Truhe, die wir können... Naja, Truhe kann man nicht sagen. Eine Kiste. So. Dann können wir hier durchklettern. Wir wählen mal in diesem Fall hier aus. Den dicken Explosiv... Äh, diesen Durchschildschuss schaden. Ui. Jetzt kommt ein Kampf. Femm. Ich sehe etwas. Femm. Ich habe vorfassend machen ganz schön viel. Zack, erwischt. Gut, das machen wir wieder nicht normal. Der Beschuss ist zu stark. Da kriegst du hier noch was. Genauso wie du da hinten. Ich treffe aber nicht. So, hier. Hier, schau da. Pem, pem. Und nochmal. Und du da. Das Dichler. Die doch sterben. Nein, 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 nein. Uah, was war das jetzt? Da hinten ist noch einer. Ähm, da. Wäufer geflutet. Lass dich treffen. Lass dich treffen. Du auch. Na komm. Hier. So. Wir gehen bald die Pfeile aus. Scheiße, nicht mehr viele Pfeile. Vielleicht sind hier Pfeile drin. Nein, nur ein komischer Bogen. Dann gehen wir jetzt so durch. Jawohl. Wollen wir uns ein paar Pfeile? Okay, lachen wir sie einfach so.